Herr Vizeleutnant Lennhardt, Sie sind zur Unterstützung hier in Vorarlberg. Wie ist Ihr Auftrag? Wir wurden aufgrund der Schneefälle der letzten Tage einerseits vom Militärkommandau Vorarlberg, andererseits vom Lawineneinsatzzug Tirol, die Sechstjägerbrigade, und auch von den zivilen Einsatzkräften wie Landeswahnzentrale Vorarlberg und Landeswahnzentrale Tirol angefordert, um ihr unterstützend bei Lawinenabgeben helfen zu können.